Hallo und herzlich willkommen zu Minecraft Monsters Stunde 15 glaube ich In der letzten Stunde haben wir ein bisschen die Turtle arbeiten lassen Und als ich aufgehört habe, habe ich halt die noch den Stack Kohle zu Ende arbeiten lassen Und ich musste ja immer wieder mal Zeug wegräumen, deshalb habe ich hier so eine Krube gebaut Weil das leider nicht alles in die Kisten reinpasste Und wir gucken was wir haben und wir haben auf Anhieb 19 Diamanten Das bedeutet ich kann mir gleich richtig geile Sachen bauen Dafür haben wir viel Redstone Redstone Und ich würde sagen Ich bin froh, dass ich nichts in den Capsack getan habe Denn der verschwindet immer wieder Oh, da ist sogar noch was drin Gut, also der verschwindet nicht So Dann kommt erstmal das Cobblestone weg Äh Ich weiß jetzt gerade nicht, ob ich aufnehme Ich muss mal kurz nachgucken Ja, tue ich Gut Denn meine Capszahlen spacken so komisch rum So, dann einmal kurz weg mit dem Zeug Was ich hier nicht mehr brauche So, das Zeug auch, das auch Dann kommen die Sachen ganz unten Und wir räumen mal aus, was wir auf jeden Fall gar nicht brauchen werden Ähm, Quartz Ähm, behalte ich mal Ich möchte mal gucken, was man damit bauen kann So Kabel, 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 Kabel Alles Cobblestone Marble, Cobblestone Das behalte ich auch mal Ich möchte mal gucken, was man damit wirklich alles so bauen kann So Weg mit dir Weg mit dir Dir Ähm Das kommt auch weg Davon habe ich zu wenig Um damit irgendwas Anständiges zu bauen Äh, ja So Komm Weg mit euch So So, dann haben wir Granuit Quartz Und Kabel Kommt auch weg So Oh Oh, hier kommt wieder mehr Ach Gut Oder schlecht Da haben wir noch was Das behalte ich auch mal Ich möchte mal gucken, wie das aussieht Wenn es scheiße ist, kann ich ja immer noch wegwerfen Und Dirt werfe ich auf jeden Fall weg Genauso wie Gravel Brauche ich ja inzwischen nicht mehr Salpeter weiß ich noch nicht, was ich damit machen könnte Oder werde Also behalte ich das auch mal Auch wenn ich es in den letzten Folgen mal weggeworfen habe Ähm Ja, ich glaube Ich bräuchte oben da mal wieder ein bisschen Tun Oder ein paar Truhe Truhen Ja, sieht doch geil aus. Ähm, ja. Quarz, Granit. Granit haben wir jetzt auch nur 10, schade. So, sonst haben wir jetzt nichts mehr drin, was irgendwie von Nichtsbedeutung wäre. Ja. Hallo? Willst du mich abschießen? Willst du mich wirklich abschießen? Nein, gut. Ähm, so. Dann kommt das auch noch weg. Äh, Granit auch. Und jetzt einmal rein mit euch. Ich will euch haben. Alles, alles. Schade. So, was doppelt ist, kommt in den Rucksack. So, haben wir leider... Hallo? So, und... Das kommt auch alles... Schade. Äh, passt alles rein? Yep, perfekt. Also, jetzt bin ich, äh, voll, voll. Ich würde sagen, wenn mich jetzt jemand angreift und ich alles verliere, wäre das richtig, richtig, richtig scheiße. Denn, das, was ich jetzt dabei habe, ist so ziemlich wertvoll. Allein schon die ganzen Diamanten. Dass ich mich grün und schwarz ärgern würde und die Aufnahme sofort beenden würde. Das sage ich jetzt mal einfach so. Denn das regt mich meistens so ziemlich auf. So, und was wir jetzt machen werden... Ja, als erstes werden wir das ganze Zeug brennen, aber... Ich habe mir heute vorgenommen, da wir ja so viel haben... Oh, hier haben wir fast gar nichts mehr drin, ne? Äh... Hallo? Da seid ihr? So, werden wir erst mal das Zeug alles brennen. Dummerweise... Muss ich dafür ein bisschen umfüllen. So. Komm schon. Aus dem hier... Hier rein. So. Und... Achso, da unten ist noch was drinne. Was ist denn da drinne? Shared Stone. Two Blocks. Gut. Weg mit dir. Das Zeug kann ich gerade nicht gebrauchen. Schön. Die können wir ja jetzt nicht aufnehmen. Aber wir könnten jetzt zum Beispiel... Äh... Das Iron Ore komplett da rein tun. Und... Äh... Sowas wie... Redstone... Oh. Ja, ich habe hier wirklich keinen Platz mehr. Ich brauche... Ich habe jetzt auch keinen Platz zum Craften, dummerweise. Aber... Ich kann hier schon mal sowas weglegen, was ich nicht mehr brauche und was ich weiß, was ich nicht mehr brauche. Was ich garantiert hier drinne habe. Sowas. Äh... Äh... Haben wir in meinem Capsack noch irgendwas? Ja... Das... Das... Nein, das haben wir gar nicht drinne. Schade, wir haben nur das Grüne. Hm... Das Grüne haben wir auf jeden Fall. Dann... Komm... Diamanten haben wir doch. Nein, haben wir auch nicht hier drinne. Ja, okay. Also, wir haben so gut wie keinen Platz mehr im Inventar. Und generell nichts mehr. So. Was... Passt... 69. Okay, ich, ähm... Gieße mir einfach mal die Blöcke. Mal gucken, was dann hier rauskommt. 36. 36 lässt sich super teilen. Passt also. Genau. 1, 2, 3, 4. In 4. So. Genau richtig. Super. Das bedeutet, wir haben uns mal eben... 8 Eisenblöcke gemacht. Was gar nicht mal so schlecht ist, muss ich sagen. Gar nicht mal so schlecht. Und... Oh mein Gott, ich muss dringend... Ich, äh... Tut mir leid, aber... Ich... Ich hab die sowieso schon ziemlich... Fancy... Fast... So. Nochmal 56. Gut. Ich muss etwas... Runter gehen mit dem ganzen Zeug. 20. Gut. Das bedeutet 2 und 2 Iron Ingots. So. Äh... Iron Ingots. Und da sind wir wieder. Ich hatte gerade... Kleine... Auseinandersetzungen. Naja. Musste sein. So. Gib mir mal ein bisschen... Von diesen... Coolen... Sachen, die ich jetzt brauche. Was kommt als nächstes hier rein. Nehmen wir mal ein bisschen Indium. Indium. Sehr wertvoll, glaube ich. Aus dem ganzen Steak Eisen bekommen wir also 14 Iron Blöcke. Und... 2 Eisen Barten. Gut. Weg damit. Ich hoffe, das passt noch rein. Gut. Wir haben inzwischen 32 Eisen Blöcke. Das... Ähm... Oh, Indium kann man gar nicht schmelzen. Das ist aber schade. Muss ich wirklich sagen. Zinn. Zack. Haben wir hier irgendwo Indium? Ja. Cadmium. Ferus. Hm. Es ist so teuer. Was ich hier mache. Und ich muss ein bisschen... Komm. Zack. Zack. Zack.